Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich biete Ihnen Informationen zu unserem Globen aus unserem Online-Shop. Wir packen die Globen aus, wir bauen sie wenn nötig zusammen, wir wechseln die Glühbirnen und wir geben viele weitere Tipps. Warum wir das tun? Natürlich! Wir verkaufen Globen, das ist unser Geschäft. Aber wir möchten auch Sie als zufriedenen Kunden, der genau den Globus bekommt, den er sich wünscht. Und das ist für unsere Umwelt gut. Denn weniger Rücksendung bedeutet auch weniger CO2. Übrigens können Sie in unserem Online-Shop die Kartenbilder als Vollbilder anzeigen lassen. Sie können sie drehen und sogar hineinzoomen. Mein Name ist Robert Lahmer von globen.shop